Die beliebte Castingshow Deutschland sucht den Superstar, der SDS, geht wohl ohne Juroer Pietro Lombardi weiter. Während der dreifache Vater nach einer mutmaßlichen Gewaltnacht in seiner Kölner Villa seit Wochen in den Schlagzeilen ist, soll RTL nun die DSDS-Bombe platzen lassen haben. Wie Bild am Freitagabend berichtete, sei Lombardis Juroer-Posten bereits neu besetzt worden, und zwar mit keinem geringeren als Rapper Bushido. Lombardis Management erklärte allerdings gegenüber dem Blatt, dass ihnen seitens RTL noch nichts von einem Rausschmiss mitgeteilt worden sei. In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Röpper erst kürzlich eingeräumt, dass es wegen eines heftigen Streits zu dem Polizeieinsatz im heimischen Köln gekommen war. Dabei betonte das Paar jedoch, dass der Phänomenalsänger seine Liebste nicht geschlagen habe. Für den TV-Sender schien diese Erklärung offenbar zu dünn für einen DSDS-Verbleib gewesen zu sein, und das, obwohl Dieter Bohlen um seinen Schützling gekämpft haben soll. Der DSDS-Jury jetzt mit Bushido? Auf der Jurybank soll mit Rapper Bushido nun jemand Platz nehmen, der in seinen Liedern oftmals sogar seinen Hass gegenüber DSDS zum Ausdruck brachte. In seinem Song »Mitten in der Nacht« auf dem indizierten Album Sunny Black rappte der 46-Jährige etwa, »Ich wünsche allen beider B. Z.«, Anmerkung der Redaktion, eine Berliner Lokalzeitung, und DSDS nen positiven Aids-Test. Inzwischen scheint Bushido seine Abscheu gegen die Castingshow angesichts der neuesten Entwicklungen jedoch abgelegt zu haben. Die Gmb States Wir sind auch ein Weiterer temas zu ver robotics. Inzwischen ist bei der D madness Dansk brem. Da wollen wir новый berliner Rapper- settledと思äen. Gemeins Safe ist ein pegar von 34-Jährige über 35 alt, aber es gibt ein dressenástime psychisch corporales.